Und auch wenn diese Wahl jetzt eine Farce war, es sind viele, viele Menschen, viele Russen zur Wahl gegangen. Stärkt das in irgendeiner Form nochmal die Position Putins? Nein, das glaube ich nicht. Also wir haben vor zwölf Jahren bereits mal erlebt, Wahlen in Russland, wo wir gesagt haben, er fälscht die Wahlen, obwohl er doch eigentlich die Mehrheit hat. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Putin weiß, wenn es freie Wahlen gäbe, unter fairen Bedingungen, also einer Pluralistischen, einer Vielfalt der Möglichkeiten zu wählen und auch einer freien Berichterstattung, dass er selbst massiv unter Druck käme. Und deswegen zieht er die Zügel an, so wie das alle Diktatoren tun. Aber es ist letztlich natürlich ein Zeichen der Schwäche, sich nicht mehr darauf verlassen zu können, dass man mit seiner Politik auch unter fairen Bedingungen eine Mehrheit bekommt, sondern dass man diesen Repressionsapparat, diesen Unterdrückungsapparat in Bewegung setzen muss.